hallo und herzlich willkommen zu veronikas seelenzauber applaus applaus auf vimeo ist das nächste hilfe zur selbsthilfe video online und zwar geht es da um die zahlen magie und zwar weil welche zahlen dir was sagen wollen wo du das wo das passieren kann und wie du diese zeichen quasi deutest beziehungsweise an welchen stellen die zahlen begegnen können dass du da ein bisschen aufmerksamer wirst dass es eben kein zufall ist wenn es bei tanksäule 7 stehst dass ich erkläre die zahlen dann ein bisschen die kombination und wo quasi das alles anzutreffen ist beziehungsweise welche zahlen du dir vielleicht auch so einfach mal anschauen kannst und ich glaube das video ist ganz gut geworden und da kann ich dem ein oder anderen noch mal für die zahlen ein bisschen sensibilisieren wie du die zahlen einfach noch mehr als zeichen in deinem leben integrieren kannst damit du wirklich hinweise und wegweiser vom universum richtig deutest und erkennen kannst also der link ist wie immer da unten dann kommst du direkt zu vimeo ansonsten geht es auch über meine homepage unter kurse und mehr es darf mich nachrisch freuen wenn sie über das video reinziehen und ich wünsche euch ganz ganz viel spaß dabei und freue mich aufs nächste mal bis dann tschüss bis zum nächsten mal 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 bis Vielen Dank.